und damit herzlich willkommen zu dem letzten projekt zumindest in dieser reihe mit dem guten peabody ja hallo was fällt dir dazu ein alte kindheitserinnerung ich habe es hatte ich damals schon mit meiner mutter zusammengespielt cool hat dir auch sehr gut gefallen meine mutter war doch mehr der zelda fan oder abenteuer games und die zeit sowieso nicht hatten wir nicht na ja auf jeden fall ist ja genial und ich würde sagen wir wollen gar nicht länger warten oder nie das spiel ist eigentlich was aber zu sagen man spielt halt da spielt man überhaupt so waren ja die einfach die sound geht schon los genau einfach die die monster hier im blau ich bin geholt die karten ändern sich mal minimal man kann sich auch selber treffen wie schuldigung kein problem ja ich schau dir mal weg hier oben so ist man kriegt ja immer wieder auch mal ein extra leben ja super den ton den ich schon immer mal für mein handy haben wollte ja das hat was ja das muss ich mal ins auge fassen würde wenn er mal schneller die fücher noch geht es ja letztendlich und hat man radar hat die bühne kommt gleich meinst du ja stimmt noch nicht aber jetzt kommt der preise bei dir ist ich kriege mal ganz auch bei der fliege das krieg bei dem ganzen spiel gänsehaut was einfach nur geil ist und ich meine wir haben uns jetzt schon die ganze zeit auf dieses game gefreut haben ja auf jeden fall dass das eigentlich mal zocken können zu zweit mit euch dann 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 so der anfang geht dann es gibt noch gar es gibt noch gar kein pc remake oder so habe ich also die bühne hinter dir machte platt und sie kommt zu mir war packt ja alles auf krebs garantiert mehr double score perfekt die schulter klopfen ja wohl was bei den worten braucht ja ich jetzt hier unten hin das heißt also ich bleibe oben ja aber hier lohnt sich wirklich die präzision von dem von dem export von verlauf hinter dir nicht jetzt hier runter kommen wenn ich bezieht mir scheiß egal was du da machst aber irgendwie mache ich hier blödsinn aber das haben wir schon hin gut abgekattiert ja ich würde auch sagen das war perfekt wieder double score das können wir doppelt so viele punkte für jeden gegner ja scheint so auf die schießen auf die fücher die werden natürlich auch schneller hinter uns ich weiß nicht ich denke noch schießen ich würde mich machen lassen ich muss ja durch das hat sich ja richtig gelohnt die musik zeigt schon mal wie hektisches spiel wurde die werden wieder ruhig war es aber ich mag achte nicht weiter in der linie bleiben ja schon ich gehe hoch jetzt da kannst du da unten schießen ich gehe jetzt hier in die mitte so durchträglich wie dieser sound office mag ich dann einfach ja so das ist ja gut ich bin jetzt hier ja ich bin jetzt oben oh je da kommt einige oh hinter mir oh das war knapp jetzt haben wir eine leichte turbo eingeschaltet äh äh ein bisschen oh da geht aber kräftig auf die ohren durch haha schon wieder krass ja ach das machen wir noch extra für euch ja extra eingespielt genau 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 wir haben das jetzt so programmiert dass er jetzt öfter kommt und eigentlich jeden level quatsch mit soße würde ich so sagen double score dungeons wird hier alles nur noch gedoppelt alter weiter wir waren lange nicht mehr so gut muss auch noch gar nicht so lange her wo wir das im letzten mal gezogen haben ja vorsichtig das typische lecken fängt an soo kommst du zu mir du stinker also eigentlich steht man die ganze zeit nur rum und wartet eigentlich na ist ja egal muss ja auch gemacht werden ja das warten muss auch gemacht werden ja das ist schon wieder so hektisch die viecher ein bisschen oi 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 bei dir kommst du dir na ich weiß nicht na wo will er hin wo will er hin jetzt boah schon wieder die bad fly perfekt und kommt ein wizard wieder ey aber ich könnte extra dem gebrauchen ja stimmt die kriegt man gestapelt anscheinend ja ich glaube auch oi 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 ja schieß mir jetzt mal den weg geh mal eins hoch ich muss ich kann nicht hoch so alter walter ok ok sehr gut sehr gut sehr gut wir haben Lauf wir haben Lauf oh hinter der hinter oh nein nein warlock oh super ja perfekt komm extra leben bitte 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 ne achso kommt der zum schluss wird gezeigt ob er extra leben hat genau den wollen wir noch nicht aber double score dungeon immer double score dungeon hm ich geh ich geh ich geh nach oben oh danke das war glück achso gehst nach oben heißt ja 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 na komm schon komm schon komm schon shit konnte schießen ok jetzt musst du erstmal alleine kämpfen zeig es ihnen zeig es ihnen zeig es ihnen naja den kommt den kommt der haut ab ja keine chance war ja kein risiko ja sagst du wieder auf jetzt oder äh ne leider nicht aber du hast extra leben gekriegt ne hast du nicht achso du kriegst glaube ich ich glaube ich ich glaube wir jetzt ein Leben kriegen sollte dann bist du gleich auch wieder drin kann das sein mal hoffen wir es doch mal oh alter alter da geht's ab naja hier ist ein bisschen Geduld immer gefragt für EOS habe ich eine Version gesehen aber die war irgendwie scheiße also auf dem Touchscreen kann man das nicht so gut spielen hab ich wieder Verstärkung bekommen uiuiuiuiui schlechte kriege gleich ein你說 wir Mist almost ich wissen warum ich konnte glaub ich es ist ich shoot them up please das ist schon sehr spannend finde ich ja ich stehe hier rum ist so gespannt ich laufe ich möchte auch sagen eines der geilsten 64 spieler auf jeden fall und es gab auch vatari und stimmt ich habe auch auf vatari mit meiner mutter damals gespielt du hattest 800 xl ja ich glaube den hast du sogar noch den habe ich immer noch ja klasse da kommst du noch oder bleibst du da oben verlaufen auch da könnte man vielleicht mal ein special vielleicht mal anstreben also wir haben so viele möglichkeiten es wird noch so viel kommen 2007 das war fies ich komme raus die fresse also vorweg könnte man schon mal sagen dass 2017 irgendwann das ist jetzt ein witz hier oder ja das irgendwann 2017 wo noch jede menge passieren könnte die solchen jetzt hier bitteschön man hat es auch geschafft also meine mann mann schade desto frühraum ist das ist echt fies ja ja auf jeden fall schön war doch krass wo sie alle bei dir standen weißt du keine chance hat es rauszukommen ja das ist natürlich alle abgerassiert der war geschenkt der war wirklich geschenkt es ist jetzt bei 100.000 wieder ein leben oder was jetzt kriegst du bonus aber du kriegst gar keine deckung hier das ist ja verarsche das ist fies natürlich schlecht ohne deckung ohne bit the pit ist das ich glaube das ist schon einer der letzten level ich glaube das ist hier immer random ja das ist ein random ja wirklich mal einen hast du noch einen hast du noch ja das war es dann aber auch die stärkung genau eingelaufen aber ich habe direkt bock auf nur eine runde ja gerne noch eine runde ja das ist einfach gewesen ja das auf alle fälle dann noch mal denn noch mal so jetzt bin ich auch wieder dabei das tempo ist jetzt wieder wirklich lahm so ok das ist wirklich easier das war jetzt das war jetzt wirklich lahm ich geh nach oben oder gehst du? ne gehst nach oben, alles klar, gehst nach oben ja klar zack zack na sehr gut oben, oben bei dir ist einer sehr schön gut die Biene ach ne, noch einer da ist sie ah, schade, verfehlt noch getroffen perfekt, perfekt ist egal wer sie trifft ja, letztendlich ist egal genau ja aber dass man diese double score zu tun hat, man weiß es nicht tja, dafür bräuchte man jetzt die bedingungsanleitung die spielanleitung ja, die bräuchte man jetzt mal hm, ich glaube die ist so viel wert wie heutzutage ein ganzer PC na gut, PC hat nicht mehr viel wert hm, stimmt auch wieder ja ich hab's auch gar nicht jetzt irgendwie nochmal irgendwo gesehen, wo ist er doch wo, im original ne und schwierig an das Ding ran zu kommen ja oben hast du den oben, oder? ja so oh, da kommen wir einiges zu dir sie mögen mich halt Achtung so oh, das ist alle ab oh oh, gerade so das war knapp das war richtig knapp Achtung, vielleicht der Wizard jetzt? ne war echt Zufall, dass er kam zweimal hintereinander ja, ja ich sag ja, das ist das ganze Bonusplayer jetzt schon das ganze Spiel ist total random also der das hängt wohl nachdem eine Anzahl der Level zusammen also überhaupt Level so oh, die Mitte ist aber echt riskant, was du da machst ja, aber bleib lieber oben ok die müssen ja eh rauskommen bei meinem Glück taucht die Flieger genau bei dir auf haha klasse einfach nur klasse ja so double score dungeon double score dungeon sich hier bis zum geht nicht mehr genau es läuft aber es läuft aber gut scheiße, scheiße und ich rede auch noch davon du hast mich umgelegt oh man, es tut mir leid ja gehst du nach oben jetzt oder ja ich bleib jetzt hier bei mir auf meiner Seite ja, der gefährlichste Gegner der spielt mit mir so ach du, wer schiebt? ah, die schießen ja nicht so weit sich gerade nein, ich glaube die schießen nur solange wie sie auch existieren nein, ich habe zu früh geschossen ja, es war dämlich, es war richtig doof von mir ich habe sie ja, es war richtig dämlich kein Problem man kann nur, wenn der Schuss verschwindet, dann kannst du jetzt wieder schießen ja die habe ich einfach zu früh angesetzt naja jetzt wird es schon ein bisschen schneller jetzt wird es schon ein bisschen schneller jetzt wird es schon ein bisschen schneller, genau jetzt wird es schon ein bisschen schneller, genau Sack komm schon shit das war dämlich das war ein ganz dummer Zug die sind aber auch zum Teil ganz schön unberechenbar ah super Bier? 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 so wow so, die Dinos sind schon mal weg also bei mir jedenfalls bei mir sieht es auch gut aus ah, sind wieder neue von denen aufgetaucht alter weiter, wo kommen die einfach her? aus dem nichts so, du müsstest dem noch na, du auch na, du müsstest aber auch noch oh nein, auch dämlich von mir jetzt spiel ich gerade richtig schlecht so ich verpacke mich ja vom Eingang hier hab ich das eigentlich wer gesagt jawoll aber kein wizard nö feige, hat doch von der letzten Runde da kam, da kam gleich zwei und die hat sich vielleicht verlaufen vielleicht gab es auch nur zwei im Spiel ja gut shit ach verdammt ich komm gar nicht raus hier so, jetzt pfff ach verdammt jetzt fahrt pass auf leg die rum ui pass auf uiuiui ich bin hier nur am Dauerfeuer fies oh nein scheiße naja zeig's dir fliege da ist er, da ist er oh je der ist oh der ist fies ohja schießt auch total random oder einfach so ja ohne hirn und verstand irgendwie so das war mal verdammt knapp ja das war wirklich sehr knapp aber jetzt bin ich allein wieder naja und diesmal habe ich nur noch ein Leben ein wizard oh man aber ich kann es auch wirklich also wir können es auch wirklich jedem empfehlen oh 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 na komm, schaffst du na klar nur noch der eine da der mit speedy konzern ist da ja oh nein nicht schon wieder oh oh der muss nur in der verkehrten Richtung bei mir so schnell kann ich gleich ach du kriegst du schon weg ja der kriegt mich wahrscheinlich weg oh nein oh ich ich idiot perfekt perfekt alter weiter schmeißperlen ja 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 wir merken wir dürfen nicht kommen kommen nur 2 ja 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 oh 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 das war's oh ich dachte schon nicht mit mir freundchen nicht mit mir also der absolute pro gamer also dass du das überlebst das hätte ich nicht gedacht ich auch nicht ich auch nicht bin der noch geflasht ja und der rekord ich glaube punkte rekord habe schon gebrochen oder weil ich meine 70.000 ich weiß gar nicht mehr aber jetzt aber ende ich habe mich zu spät umgedreht aber auf jeden fall auf jeden fall evergreen ja ein klassiker schlechthin gut alles klar lieber peabody es hat mir richtig viel spaß gemacht war cool und nächstes jahr wieder früher ich sag mal so das nächste jahr ist ja nicht mehr bald das weihnachten ja gut dann sage ich einfach mal wie gesagt vielen dank und wir sehen uns dann auf jeden fall beim nächsten mal ihr hört er von mir als ihr von ihm richtig aber es wird schon noch die gelegenheit kommen wahrscheinlich genau bis dann bis dann ciao